Ihr dachtet, bei Epic MC Extreme gibt es nur Riesenbauwerke? Dann habt ihr euch getäuscht. Jetzt, für die Spieler, die alles wollen, unsere neue Anfangs-Mine. Epic MC Extreme hat sich dafür entschieden, eine Custom-Mine zu bauen. Die Mine, die jedem gefällt. Diese Mine besteht aus Redstone, Diamant, Eisen, Kohle, Lapus-Laze, Gold und vielem mehr. Wer diese Mine gut findet, soll reinkommen und das erfahren, was er braucht. Diese Mine ist frei zugänglich mit Atmen. Wir bauen immer einen Grundstein davor, damit keiner ohne Kontrolle in diese Mine kann. Epic MC Extreme. Einfach Atmens fragen und schon Probleme mehr. Viel Spaß mit einem neuen Update mit der Custom-Mine von Epic MC Extreme. Viel Spaß. Ciao Leute.